hallo und willkommen auf meinem kanal 7 tage gaming ich bin der stefan und wir spielen heute wieder generation zero hier sind wir das letzte mal stehen geblieben und hier warten 45 genossen auf mich und ich glaube das wird diesmal nicht einfach werden mich würde nur interessieren gegen wen die kämpfen 5 gegner das ist ja einer die sind aber ganz große da glaube ich kriegen wir Probleme ok 2 haben wir was müssen wir denn bei denen schießen ich weiß es nicht oh gas oh ich bin schon tot komm steh auf da laufen wir jetzt hin hilft nix halt den sammeln wir noch ein mission abgeschlossen suche im lager meska nach überlebenden komm ich denn da oh 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 was haben wir denn hier komm nimm's 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 auch auf alle fälle muni hier ist nix also hier war kein überlebender und der sieht auch nicht mehr ganz lebendig aus was was haben wir hier da oben ist noch einer hm oh da ist ne waffe was war denn das für eine die schauen wir uns an oh die schaut doch gar nicht einmal so schlecht aus was schießt denn die 50b vollmantel munition habe ich da was dabei nee ok aber die sieht schon mal gut aus was ist denn hier los gerade noch was geschossen jetzt ist es weg und noch eine waffe ach bewegung deaktiviert hat noch begleiter genau habe ich als letzte mal den begleiter gebastelt so der kann bestimmt was aufnehmen und zwar jetzt gehen wir den den bogen die behälter die waffen will ich ihnen jetzt nicht geben ok wir können uns zumindest wieder bewegen ich kann im moment nichts looten wo ist denn da der unterschlupf mission unentdeckter unterschlupf ach der ist da drüben naja gehen wir mal da hin ach komm mein freund wo rennt wo rennt er denn rum unser begleiter so wir müssen hier irgendwas finden suche noch überlebende suche noch überlebende komm ich denn da rein muss da irgendwie oh muss da runter kommen ah da ist jemand servus ah i'm up i'm up don't rush me you must be one of the new kids in case nobody's told you yet i'm kalle go ahead and grab walkie talkie and freddie explain the rest hmm oh wait where's freddie where's everyone all i remember is hitting my head god this place is completely destroyed there's an ancient ring fort out in the farmlands but i'm in no shape to travel that far can you will you please help me na klar machen wir das finde die fluchtburg in der ackerlandregion ok gibt's hier noch was ne ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus oh oh ich sollte mich lieber mal heilen looten können wir hier auf alle fälle später obwohl man kann ja mal reinschauen ne wir gehen jetzt erst einmal zu den unterschlupf und dann hoffen wir mal dass wir da was verarbeiten können kann ich jetzt eigentlich hier durch dieses tor durch es ist ein tor ja super ich hätte einfach reingehen können so wo ist mein freund kommt er ja der kommt so jetzt wo ist der unterschlupf auf einer insel auf einer insel ok da bin ich gespannt wie ich da hinkomme auf einer insel wir können doch gar nicht schwimmen maffen 2 sammelgegenstände 1 oh oh die anderen reagieren gar nicht ok der hat anscheinend mein begleiter hat irgendjemanden hast du gut gemacht kumpel hast du gut gemacht oh ok das ging nochmal gut wo ist er wo ist er der ist da drin der ist da drin die sind weg aber ich glaube er diese unsichtbare feuer zu hier haben wir die radestation ok Ok Das Problem wird jetzt bloß sein, ich habe nichts zum verarbeiten, aber ich kann, wenn wir den Unterschlupf haben, können wir ja schnell reißen, können wir nicht machen, wenn wir überladen sind. Oh, zumindest ist hier mal eine Wertbank. Und eine Recycling, ok, und ein Lager, das passt schon mal, ok, jo, dann schauen wir uns aber hier nochmal, ah, wir recyceln, und zwar die Waffen, die wir nicht brauchen, die würde ich gerne ausprobieren. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die behalten wir nur, weg damit. Stromgewehr, weg damit, so. Alles rüber. Was haben wir jetzt hier? Und das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Da müssen wir auf alle Fälle schon mal, ja, ein bisschen leichter sind, ne? Da kann er wieder laufen. Gut, ja, dann 17 Minuten ist eine kleine Folge geworden, aber am Anfang gleich die volle Action. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus. quisись. Auf jeden Fall, bis auf HESU die Z Así. Chinese